Was ist besser als Klemmbausteine? Genau, noch mehr Klemmbausteine! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmbaustein-TV-Studio, diesmal mit einem Set der Firma Mega, aus den ihrer Hab-Dich-Lieb-Serie. Ne, Moment, aus den ihrer Pokémon-Serie mit der Artikelnummer HDL. Und zwar gibt es da insgesamt vier Stück von, und das sind die vier Ergänzungssets hier zu dem HHN 61 zu der Dschungelreise, die ich euch ja schon vor einigen Tagen vorgestellt habe. Ist ein sehr cooles Set, hat mir eine Menge Spaß gemacht, und meiner Meinung nach ist es sehr vielseitig einsetzbar, um zum Beispiel im Spielzimmer eine Leinwand für die Fantasie der Kinder zu schaffen. Da kann man ja nicht nur mit Pokémon drauf spielen, da kann man auch mit jeder Menge anderen Sachen drauf spielen. Sei es jetzt irgendwelche Abenteuer erleben, da könnte He-Man drauf kämpfen, da könnten die Halo-Figuren gegeneinander kämpfen, man kann da eine Dschungel-Expedition drin machen. Also das ist einfach ein cooles Ding. Da kann Indiana Jones, also Ideen ohne Ende. Und das Schöne ist, es gibt noch vier weitere Sets, um das Ganze zu erweitern. Das ist ja sowieso eine Sache, die toll ist, wenn sowas so ein bisschen erweiterbar ist. Und da gibt es jetzt hier das größte Set aus dieser Erweiterbar-Serie, das ist hier die Dschungel-Ruinen. Das ist jetzt das HDL, hab dich lieb, HDL 86, so kann man es ganz gut merken. Da sind insgesamt noch mal drei Pokémon dabei und es hat 464 Teile, kostet 42,99 Liste, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Und da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Bei Amazon war es jetzt, als ich reingeguckt habe, irgendwo bei 35 Euro. Aber da schwankt das ja jeden Tag, von daher kann man ja nicht so wirklich sagen, wie da das Ganze hinterher ist. Und man sieht hier vorne schon drauf, ich halte es euch mal hier so ein bisschen in die Kamera, das Ganze ist erweiterbar. Das heißt, diese Dschungel-Ruine, die wir hier bauen, die kann man hier an dem, was wir hier gebaut haben, hier dran bauen. Die Punkte sind da schon für vorgesehen. Könnt ihr das sehen hier? Ja, so. Die sind hier schon vorgesehen, um das Ganze hier zu verlängern und damit auch den Spielspaß zu vergrößern. Das hier war ja jetzt so, dass man das dann auch auseinander machen konnte und so kann man sich dann halt eine schöne Spiellandschaft damit schaffen. Zum einen ist es cool für Fans des Pokémon-Franchises, gar keine Frage, aber auch so halt einfach ein cooles Ding. Außerdem macht es wirklich eine Menge Spaß zu bauen. Von daher gucken wir uns jetzt hier das Set mal an. Ja, wie schon, Preis hatte ich euch gesagt. Es ist schon voll verfügbar und auch schon in der Rabattierung. Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Ansonsten gibt es von Mega, wenn es hinterher mal irgendwo anders nicht mehr verfügbar ist, auch noch eine eigene Seite. Allerdings gibt es da keine Prozente, da wird zum Listenpreis verkauft. So, und dann gucken wir mal, was wir hier drin finden. Ja, das ist doch mal drei Viertel voll und eine Bauanleitung. Ja, und hier an der Seite, innen, das ist eigentlich auch so typisch für Mega, sind auch noch mal Bilder. Bilder, die geben sich ja da doch immer Mühe, um halt noch mal was zum Entdecken dabei zu geben, wenn man das Ganze aufmacht. Die geben sich mit ihren Verpackungen doch schon immer Mühe. Das mag ich sehr. So, Bauanleitung. Und ihr seht hier, mit dabei haben wir drei Pokémon. Das ist einmal Amonitas, einmal Tragoso und einmal Glumanda. Glumanda ist, glaube ich, einer der Lieblings-Pokémon, so im Großen und Ganzen. Ich persönlich finde Tragoso ja cool, weil wenn ich das richtig verstanden habe, trägt der den Schädel seiner Mutter als Helm. Strieger wird es heute nicht mehr. Finde ich cool. Ja, und Amonitas, der passt hier eigentlich ganz gut zu unserem Uhrzeitkrebs, den wir hier bei dem Set schon mit dabei hatten. Kleine Taschenmonster halt, ne? Ja, ich werde jetzt mal hier die Kameraperspektive wechseln, dann schauen wir uns die Tüten an, schauen uns die Bauanleitung an und dann fangen wir einfach auch mal mit dem Bauen an. Und ich bin gespannt, wie es sich hier hinterher dran anpasst. Und die restlichen drei Sets, die es da noch von gibt, die zeige ich euch gleich auch nochmal, die gibt es dann in dem letzten und abschließenden Video zu dieser Serie hier. So, da haben wir die erste Tüte auf die Tellerchen verteilt. Es waren zwei kleine Tüten in der großen Tüte drin und wir haben noch drei weitere Tüten, also insgesamt vier Bauabschnitte. Die Bauanleitung, ja, mega typisch halt, von der Art der Anleitung, ist mit so einem Klebstoff gebunden hier das Ganze. Ihr seht immer, wo was hin muss, anhand so einer Art Farbcodierung. Ja, also man sieht hier immer, was wohin muss. Das funktioniert, wenn man sich erst mal dran gewöhnt hat, wirklich erstaunlich gut, weil man da sehr genau weiß, was wohin muss. Ansonsten haben wir insgesamt 46 Seiten. Hier sieht man, wie man das Ganze hinterher zusammenbaut und dann erstrahlt das hier in gelber Farbe rundum. Na, ich denke mal eher nicht. Und wir haben hier insgesamt 41 Seiten wirkliche Bauanleitung. An die 42, das hier, wird auch noch was zusammengesteckt und dann sieht man hier nochmal, was gibt es so für Funktionen. Wir haben also wieder eine Spielfunktion dabei, die hier über die Feuerflamme ausgelöst wird. Feuerflamme ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich wieder hier diese schön marmorierten Transblue, Transyellow, Transorange Teile mit bei. Einmal für Wasser und einmal für Feuer. Das sieht richtig cool aus. Das hier ist schon ein bisschen fast wie Bernstein. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und die anderen sind, glaube ich, wenn ich das so jetzt auf Anhieb sehe, eher einfarbige Steine. Aber wenn ich da noch was Besonderes entdecken sollte, gebe ich euch Bescheid. Zuerst mal bauen wir jetzt wahrscheinlich hier unseren Glumanda. Ja, genau. Das ist unsere erste Tat. Und ja, der ist im Endeffekt von der Bauart so, wie wir das bei dem Schigi auch schon hatten. Hatten, äh, hatten, hatten. Und ja, also große Überraschungen werden wir da nicht erleben. Aber ich glaube, hinterher einen ganz süßen Glumanda haben, den wir dann in unsere Landschaft setzen können. So, da haben wir unseren Glumanda fertig hier. Zwinkert uns frech zu. Hinten hat er seinen Grillanzünder dran. Das ist ja überhaupt der niedlichste Grillanzünder überhaupt, so ein Glumanda. Ja, also ist, glaube ich, auch eins der Start-Pokémon damals gewesen. Kann das sein? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber der ist schon schön. Und wenn man dahinter dann Glurak rausmacht. Der ist ja das Schöne bei Pokémon. Ja, wenn man die gut behandelt, werden es deine Freunde. Ja, und dann hast du hinterher so einen ausgewachsenen, riesengroßen Feuerdrache bei dir im Garten, der mit dir schmusen möchte. Wer will das nicht? Anfangen, tut so, gute Pflege und dann läuft das. So, ansonsten, gute Pflege ist jetzt das Stichwort. Wir werden jetzt hier mal ganz pfleglich den ersten Bauabschnitt zu Ende bringen und der bringt uns dann soweit, damit unser kleiner Glumander schon was zu wohnen hat. Was interessant hier ist, wenn man am Bauen ist, haben wir ja immer Steine aus verschiedenen Mega-Epochen quasi. Wir haben einmal hier die, wo Mega-Blocks noch draufstehen. Das sind die ältesten Formen. Dann haben wir die, wo Mega-Konstrucks draufstehen. Das sind schon relativ neue und dann haben wir die, wo nur noch Mega draufsteht. Das sind die ganz aktuellen. Zum Beispiel ist der 2x2 Plate jetzt gerade erst mit einer neuen Spritzguss-Werkzeugform belohnt worden für seinen Einsatz. Und da sieht man, hier ist der Angusspunkt leicht versenkt mit so einem abgerundeten, umlaufenden Noppenrand und nur ganz, ganz klein. Hier war er noch größer und bei den alten da haben wir wirklich noch Angusspunkte, die so hell hervorschimmern und nicht ganz so schön entgratet werden konnten, weil die halt tiefer reingingen. Also man sieht hier eine gute Entwicklung, dass im Endeffekt die Angusspunkte immer unsichtbarer im Endeffekt werden. Also hier sind sie noch, ich würde mal schon fast sagen, störend. Wir sind hier überbaut, wie jetzt sieht man es nicht mehr so stark. Aber hier, das ist völlig in Ordnung. Da kann man gut mit arbeiten. Bauabschnitt Tüte 1 ist fertig und hat uns soweit gebracht. Wir haben hier so ein bisschen Landschaft gebaut mit so einem Mini-Vulkan hier. Die Flamme kann man drehen und da fühlt sich für unser kleiner Glumander sehr, sehr wohl. Schön, mollig, warm, alles hier genau sein Ding. Als nächstes bauen wir jetzt den Ammonitas. Da haben wir hier die Teile auf dem Teller und ihr seht, das sind immer alles Drucker, auch hier bei dem Glumander. Es gibt ja keine Aufkleber bei Mega, was ich persönlich total super finde und es lässt sich viel besser bauen dadurch, weil man nicht dauernd irgendwo gucken muss, hat man feckige Finger, muss man es hinterher entfetten, wenn man Aufkleber drauf aufbringt. Kriegt man eine vernünftig gerade drauf und hier bei solchen konvexen Sachen, da kriegt man eh kein Aufkleber drauf. Sowas muss gedruckt werden. Und da ist Mega ja nun mal definitiv ganz weiter vorne, bei denen ist immer alles mit Drucken. So, da haben wir eine fertige unseren Ammonitas und wirklich eines Agelubschaugen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, Perl, irgendwas, also da gibt es noch heute Arten von, die im Meer unterwegs sind. Das ist jetzt keine wirklich ausgestorbene Tierart, aber schon Aspach-Uralt. Also das ist definitiv, würde ich mal sagen, eine Gewinner-Spezies. Ja, und den haben wir jetzt hier auch fertig, aber ich denke mal, dass der eigentlich Wasser braucht und mit dem bisschen Wasser, da kommt er nicht klar. Deswegen bauen wir jetzt weiter, weil wir haben hier nämlich eben den Teilen aus der Tüte 2 noch eine Menge von diesen Klarsicht-Teilen in dem marmorierten Blau und da werden wir bestimmten Lebensraum hier ein Habitat für unseren kleinen Urzeitschnecke hier bauen. Per Perlboot heißen die, glaube ich. Damit haben wir dann tütenmäßig hier bergfest, haben die ersten beiden Tüten von 4N fertig und haben hier für unseren Ammonitor-Schütz auch hier sein Zuhause gebaut. Das heißt, der wird hinterher hier sitzen und dann kann man den hier vor- und zurückschieben. Der kriegt dann hier, damit er keinen Sonnenstich kriegt, hier noch so ein Blätterdach drüber und das bauen wir jetzt. Hier haben wir hier so schöne Fahnenwedel. Die kann man natürlich auch so andersweitig gut verbrauchen, wenn man mal irgendwas anderes rausbauen möchte und da wird dann hinterher hier, das wird beweglich sein, das Ganze, dass man das hochklappen kann, weil hier ist Spielfeature. Super Sache. So und jetzt bauen wir erstmal hier unseren Tragozo, unseren kleinen Jammerlappen. Schöner Druck. Schauen wir mal, wie er aussieht, wenn er fertig ist. Da haben wir eine fertige unseren kleinen Tragozo, unseren kleinen Jammerlappen hier. Also ich finde die immer klasse gebaut. Ja, natürlich treffen die das nicht hundertprozentig, aber die werden ja auch aus Klemmbausteinen zusammengebaut und bis auf das hier halt Baurichtungsumkehr drin ist und hier die Füße jetzt zum Beispiel Spezialteile sind. Der Kopf jetzt auch, aber ansonsten sind die schon einfach nur aus Teilen zusammengebaut. In der Größe finde ich das eigentlich relativ gelungen. Also ich mag die gerne und ist auch cool gemacht hier. Man kann die Kopfchen schon bewegen, man kann die Arme bewegen und der kann hinterher hier irgendwie drauf. Da kommt sowas wie eine Art Schleuderbrett oder sowas drauf. Bis dahin stellen wir erstmal hier hinten, dass er nicht im Weg ist und hier geht's nämlich jetzt bis dahin mit dem, was wir hier in der dritten Tüte gefunden haben. Also ich hoffe, dass die Drehteller das nächste sind, was die überarbeiten. Hier die Basis davon, die ist schon, naja, also die hat noch Luft nach oben von der Qualität. Sieht aus wie aus einem 3D-Drucker. Funktionieren tut schon. Klips hier rein, dreht sich alles. Aber ihr seht, das sieht so ein bisschen scharfkantig aus. Also da ist die andere Steinequalität, die wir hier drin vorfinden, definitiv besser. Das scheint wirklich eine ganz alte Form von Anotuck zu sein. Ich habe einen Fehler in der Bauanleitung gefunden. Hier soll man es so zusammenbauen, dass drei Noppen hier insgesamt auf irgendwas draufliegen und davon halt nur die erste auf dem hier und wenn man dann hinterher hier hinguckt, müssen es doch zwei sein. Hier soll eigentlich nur einer überstehen, hier auf einmal zwei. Nur ein kleiner Fehler, aber trotzdem freut man sich ja immer, wenn man sowas mal findet und bemerkt, bevor man es verbockt beim Bauen. So, jetzt haben wir hier die Wippe gebaut. Der Tragoso steht da allerdings fest drauf. Man kann ihn natürlich auch locker draufstellen und dann kann man ihn hier ein bisschen mehr Schmackes vielleicht auch höher springen lassen. Ja, das war besser. Da haben wir den Unterstand hier für unseren Ammonitas fertig und wenn der Tragoso ihn dann ärgern will, dann kann er ihm quasi hier das Dach vom Kopf weg kicken. Funktioniert gut, alles tutti und er kann dann hier angenervt und gestresst rauskommen. Jetzt brauchen wir hier mit der final letzten vierten Tüte die Dschungelruinen. Man sieht hier sind mehrere schönen Lianen dabei, die haben wir ja hier auch schon mehrere von verbaut und damit haben wir dann hinter schön die Ergänzung zu dem Kloster Tempeleingang hier vorne und damit sind wir dann auch durch. Das ist die letzte Tüte und dann haben wir das Ganze hier schon fertig gebaut. Achso, hier die Wegweiser kann man drehen, wo da der große Spielwert sein soll, keine Ahnung, kann man halt spielen, dass man das verstellt hat und dadurch dann jemanden in die Irre geleitet hat oder so was ein Schirm, der so was macht. Und ansonsten lasst uns mal hier Tempelruinen bauen. Ja, da haben wir es fertig hier unser Mega HDL 86 464 Teile die Dschungelruine drei Minifiguren beziehungsweise drei Pokémon Figuren Tragoso Amonitas und der Glumanda ein bisschen Spielfeature hier kann man so den hoch und runter rein und raus fahren lassen dann kann der Tragoso hier das wegklappen ups das funktioniert super und man kann das Ganze dann hier an die Ruine noch dran koppeln ich glaube da brauche ich beide Hände für kleinen Moment so haben wir nämlich hier unsere Verbinder und dann klicken wir das hier ein zack und schon haben wir hier einen schönen langen Übergang wo man hier lang muss um dann in die Dschungelruine zu kommen was jetzt auf der Ziel gerade nicht so schön war also der Bauabschnitt vier die drei Stählen hier die sind komplett identisch das ist ein relativ repetitives bauen da hätte ich mir gewünscht dass die vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht hätten aber unterm Strich sieht jetzt schön aus man hat hier wie so einen Bogen der sich dadurch ergibt durch den man dann hier in den Tempel rein kann das ist eine coole Sache finde ich da kann dann hier Indiana Jones oder wer auch immer hier rein kann dann hier irgendwelche Schätze suchen oder man kämpft sich hier durch den Pokémon Dschungel fängt sich ein paar Pokémon die man hinter trainieren kann und kommt dann hier vielleicht dann aus dem Wasserfall wieder raus also dadurch hat man halt eine schön große erweiterte Welt man kann das hier dann auch abklappen und so dass man hinterher wirklich hier da ist der Bautz raus man hat hinterher eine riesengroße Spielwelt das ist eine schöne Ergänzung die man hier gut unterbringen kann Spaß gemacht hat es zu bauen geht relativ schnell eineinhalb stunden ist man damit durch gar keine frage passt ganz hervorragend dazu gut ist jetzt auch keine schwierigkeit ist ja ein komplett gerader abschluss gewesen aber prinzipiell eine schöne Sache man kann ja dann hier das hier auch rum klappen und hat dann hier den Dschungel Erweiterung dann so und dann kommen ja jetzt auch noch weitere Sachen der hier zum Beispiel kommt hier noch rein um das hier zu schließen der hier kommt hier noch hin und wo der jetzt hier genau dran kommt der kommt hier noch vor ist quasi die letzte stärkung vor der Dschungelwelt da kann man dann noch mal was essen und dann geht es hier ab ins Abenteuer ja das war es hier zu der Ergänzung der Dschungelruinen zu dieser Pokémon-Welt die man hier hinter bauen kann ich persönlich finde die Idee richtig klasse freue mich schon drauf hier die anderen drei Sets dann auch noch mit euch zusammen zu bauen um das Ganze dann hinterher euch hier vollständig zeigen zu können sind ich denke für den einen oder anderen ist das durchaus eine schöne Geschenkidee für seine Kinder zu Weihnachten da hat man erst eine Menge Bauspaß und hinterher halt auch wirklich eine Menge Spielspaß eben dadurch, dass das hier so flexibel einsetzbar und verwendbar ist. Schreibt mir mal eure Meinung zu der ganzen Geschichte unten in die Kommentare. Wäre das was für euch? Wie findet ihr diese Idee mit dieser Erweiterung? Welche Erweiterung würdet ihr euch noch vielleicht dabei wünschen, um das Ganze noch größer zu machen? Gerne auch hier in diesem Dschungelthema bleiben. Schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir hören und sehen uns dann bei den spätestens bei den weiteren drei Sets. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in eurem Eingau-Krechten. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. 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 Was ist besser als ein großes Klemmbausteinset? Ein großes Klemmbausteinset, was man noch mit weiteren Sets erweitern kann. Die Erweiterungssets hier zu dem HHN 61, was ich euch hier neulich vorgestellt habe, die als Ergänzung hier zu dem HHN 61 funktionieren. Das hatte ich euch ja neulich schon vorgestellt. Das ist ein großes Set hier von... Ich höre jetzt überhaupt. Was steht denn drauf? Keine TV-Studio. Diesmal nicht mit einem... Mist. Vier Sets von, eins davon werde ich euch heute vorstellen. Diese vier Sets sind eine Ergänzung zu dem HHN 61... Nein, 61... Nein, 61... Hm. ... ...